ja die jungen Leute und hat sie kommen jetzt so aller 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 allerersten folge vor und der geht gleich zusammen mit Prozent ich sehe gar nichts F1 Lappen Kiegel und Futur auf gut Deutsch Markus und Futur wir haben uns gedacht dass wir natürlich das Spiel schlechthin auch mal jetzt Blinden oder halt ein bisschen Projekt machen auch Tech It Light gut kennt jetzt eigentlich schon fast jeder aber ihr seht schon mal hier was 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 ich suchen habe ich habe gesucht nach NUC und dann kommt nur nuklearer Reaktor und aber unser größtes Projekt ist also jeder macht so wir waren es eigentlich zusammen arbeiten zusammen ohne Game Mode Aua das fällt mal auf jetzt und ohne Trollen und ja auf jeden Fall haben wir ein Großprojekt uns ausgedacht hat dass ihr dann in der laufe der folgenden Szenen werdet und ja natürlich auch ein paar Kleinigkeiten zum Spaß vertreiben Also Trollen wie du gesagt hast nicht Trollen sondern Trollen Wir bauen jetzt erstmal ein paar Bäume ab und dann suchen wir uns einen Platz für ein Haus ziemlich schnell am besten BD ich hab Gettingwood ich hab auch Gettingwood Warum sehen Sie das hier nicht? Ich hab die Scheiße Zeit Ich glaub das hab ich deaktiviert dass wir die Achievements von den anderen sehen Das ist doch gut Das ist doch gut so ja Ach so wie Scheiße bist du denn? So Wer war da so lieb und hat ne Oh Wenn man Holz verbrennt dann hat man 750 EU auf 7 Ticks Nein 750 EU auf 10 EU pro Tick im Generator Wir können ja schon mal unser Ziel sagen oder? Nein können wir nicht Das ist so eine Überraschung Eben Du weißt es ja selber nicht mal Ich weiß das hier It's magic It's magic It's magic Ja genau Ich muss erstmal mit einkaufstern Minecraft erstmal gewöhnen wir eben Du kannst du eh nichts Wollen wir zuerst unter die Erde so langs jetzt nachts ist das wäre vielleicht ne geschickte Idee oder? Ein bisschen höher Ja Wär nicht schlecht Nahrung vor allem mal Wenn nicht verkehrt Ja wenn Äpfel irgendwo trocken können wir auch Nahrung mitnehmen Wenn Äpfel nicht trocken dann Ja wieder mal kurz mal was machen sollte Ich hab hier grad ne Axt gemacht ja Au ja geil hier ist Timbermott drauf ne Ja natürlich Geil Oh yeah Es ist take it light Wage Mode Lass Bäume hacken Jetzt fängt ja Spaß an Mein Baum Hast du schon nix weg Mein Baum Es leckt Es leckt Es leckt wie wir das Alter Es leckt immer wenn der Baum weg macht Ja Timbermott leckert Lass dich nicht Lass dich nicht Futter Ich hab Apfel Ich hab zwei Ich hab keinen Weil ich die falschen Bäume abbau So jetzt haben wir glaube ich genug Holz oder? Ja man kann nicht mehr genug Nicht mehr Man kann nie genug Holz haben Genau das wollte ich sagen Das hier ist take it In take it kann man nie genug von irgendwas haben Ist so Wow guck mal wie viele Äpfel ich habe Ich hab einfach immer noch null Ich hab einfach kein Glück heute irgendwie Ich hab sechs Stück also ich geh mal um der Erde Ich hab sogar schon ne Holzspitzacke Es dauert sich mal keine Spitzacke Nein Warum soll ich mit euch mal um die Erde? Warte ich mach ein Haus bei der Craftingbox Nein wir waren noch kein Haus Die erste Nacht Ja so ne kleine Hütze oder so Die erste Nacht hier ist Born in eh keine Monster Wo seid ihr? Warum denn? Ja keine Ahnung dass irgend so ne take it angewunden hat Bis Born in ist einfach keine Monster Nein Komm wir gehen jetzt da runter Wo eben hier so Licht ist Eben So auch immer Komisches Lama Nein 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 Da sollt ihr nicht reingehen Ja Ohja Alter Futur ne Ich glaub ich schief gehen können Am besten schlag ich ihn jetzt von hinten Was? An Futur bauen wir ein Block unter dir ab Da kommt sich schon Und das genau was er grad eben tut Ja das solltest du nicht tun Ich übernehme So im Grunde was machst du jetzt? So Futter Da Markus deine ersten 3 Steine Geil Bau dir eine geile Stützsacke Ohne Scheuze Und bau uns dann auch gleich welche Futter gib dir gleich Nachschub Und abbauen kann ich auch Ich bräuchte dann gleich was um den Ofen zu bauen bitte Weil dann mach ich schon mal erste Fackeln Weg da weg da weg da weg da weg da noch mal jetzt kohle leute youtube wird ja alles noch mal dunkler ist es eh schon ist ja wie werft man jetzt also da war es cool ist man sagen danke aber es reicht nicht ich weiß markus hat ja sich vorgetränkt ich hab's gekleidet ich bin hier dabei wurde ich fahren noch ein bisschen äpfel für den bauer und du hast du schon eine steinhacke nein aber ich mache jetzt erst mal das holle zu der markus ach du hast schon eine steinhacke ne das meine ich habe aber du hast meine steinhacke geglaubt gibt sie her gibt sie her und eigene wenn man jetzt das er lasst es aber was wissen damit eine haben ja wo bist du ja ich sehe dich weil du so das scheiß kinder hast du ja ich tarn mich mit dunklen hier ist kohle und ihr rennt einfach vorbei er hat schon lange kohle das habe ich schon gesehen habe ich ich baue hier gerade hat er schon gesehen aber hat sich gedacht kohle fack auf rechnen und die kohle hat man genug irgendwann ja irgendwann aber nicht jetzt ja gar keine doch ich hab drei ich hab fünf und ob das obwohl du der bauer bist wir sollten uns ein bisschen spezialisieren wer was macht momentan zum sich und macht das wort ging abtarten ich mache ich bin der macht ab Prozent ich mache noch die hat es gar nicht auch ich war mal sehr gerne bleiben was wir machen wollen ja weil ich kann sagen ja ich kümmere mich um technik scheiße weise er das heißt ihr arbeitet Markus Bord so ein bisschen Foto von so ein bisschen er mag nämlich gern kommen und nicht immer mich dann um die ganzen Geräte zu grafen das genau so abgefuckt ist weil wir hier noch nicht mal nämlich System haben das wir bauen müssen unbedingt Moment Moment ja kann ich mir eine Schaufel machen bitte ja Markus Moment nur die blöderweise steht die Workbench ganz oben ich hab genug Holes ja ich hab schon ich bin schon oben hast du die Äpfel ich krafte dir sogar gleich zwei Schaufeln wuhuuu aber wir müssen nachher eh hier weg das ist für unser Projekt ist das Gelände jetzt ziemlich ungeeignet ja aber wir müssen doch erstmal was haben ohne irgendwas gibt nichts ohne nichts geht nichts ohne nichts geht irgendwas so ok man kann die auch so tropfen ich hab die ein paar Sapling dahin getropft für was Saplings ja ich hab's ihm einfach gegeben Server saved the world Moment ja müssen wir auch Saplings geben Ah nein die Workbench ach das meine nein meine eh Diamante oder was nei ich dachte jo jo cheater alter wenn du jetzt Diamanten hütest das ist til Das ist tin also weiter jetzt jungen erpiste ich baue du weiter ich brauche noch eine stein spitzhacke und einen ofen braucht ja ja markus gibt mir steine hier könnte ich gar einmal tot prügeln gerade wieder dummach kriegt da einen klacks oder dann stirbt aber bald aber ich brauche die spitzhacke leute ich ja machte kräftig wir wollen hier hier sagt ich brenne schon mal hin hast du kürzlich ja ich baue dir ich baue dir warum macht er wenn ich den raum ein bisschen größer dann kannst du alles hier herstellen jetzt lange nicht solle es sagt mein exeinigung das ist nur zu stein wenn dann bitte spitzhacke ja hier eine für dich wer auch immer sie nimmt und eine hier für dich aber hier liegt eine danke und jetzt trip weiter für mich markus ja ich habe ja und jetzt bewegt sein arsch darunter oh mein gott ist ein hartes ich habe irgendwas lied ja kann sie abbauen und das hier kann ich auch nicht aber wir brauchen als reise spitzhacken dann machen die kurve nach links das kann ja auch alles nicht abbauen foto du bist viel zu hoch wir brauchen eisen zu reisen 36 keine ahnung kann schon gut sein heißen glaube ich findest überall kohle da liegt ja markus hat eisen das heißt wir können mal vielleicht machte sich gleich eine rüstung ja schlaue idee die rüstung gibt es die gutere die bessere und so die gutere gut ja aber das verweite ich auch nicht was für eine rüstung ich mir bauen werde ja wenn man um das gegen kann ja ich weiß es echt weißt du es ja die hatten wir die hatten wir ja natürlich hatten wir die unsere op-s jetzt da ist das alles so gut die alte als erster das war geil bei den bis zu spät und jetzt denkt gut oder sind lange in an er ist das sekt man die hohe mehr von der lager doch wo du lächst du bist als übelst worden und ich würde sagen an der Stelle mit gut ist der Roboter Stimme beenden wir auch mal die erste Folge hier und so ein neues Projekt der Name ist wo der Name einfach nur Techit Minecraft Techit Light voll der coole Name Leute und damit bis zum nächsten Mal Servus und Ciao Ciao